Ich finde die öffentlichen Bibliotheken sehr wichtig, denn ich verbringe viel Zeit in öffentlichen Bibliotheken, um mir Bücher auszuleihen, um hier zu lesen, um Videos auszuleihen, DVDs und so weiter. Und ich denke vor allen Dingen, dass es auf politischer Ebene einen großen sozialen Beitrag leistet, weil es nämlich gratis ist, hier seine Zeit zu verbringen und vor allen Dingen Dinge auszuleihen. Und ich denke, das sollten und könnten wir alle verstehen und auf jeden Fall müssen die öffentlichen Bibliotheken bestehen bleiben.